Ein Airbus rast nach der Landung ungebremst in den Terminal. Die Ermittlungen beginnen sofort, aber die Ergebnisse sind extrem rätselhaft. Sämtliche Insassen waren bereits tot, bevor das Flugzeug auf das Gebäude traf. Was die Polizei nicht herausfindet, es gibt einen Überlebenden. Eine skrupellose Wissenschaftlerin führt tödliche Experimente durch. Der Bestatter Konstantin Korff hütet ein grausames Geheimnis. Er kommt diesem Überlebenden schnell auf die Spur, ebenso wie die Wissenschaftlerin aus Minsk. Alle drei tragen denselben tödlichen Fluch in sich. Einen Fluch, der sie zu einer Gefahr für jeden in ihrer Umgebung macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017